...eine wunderbare Fitnessstudio, das wieder Abzug trainieren und Fitness-Firstly-Sau. Heute wollen wir uns auf dem Passkottchen aufstehen und werden da einige sportliche Vorführungen machen. Wir haben noch dabei. Die DAK war gestern, aber wir haben ein super XXL-Trapolin, ein super Klettermann. Das ist auch eine Sache, die sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Wie viele Kinder klettert heute noch auf Wolke? Also ich habe als Kind dann auch ein richtiges... Ja, wer hat hier schon mal einen Baum gestiegen vor den Kindern? Okay. Habt ihr auch schon einen Baum ausgebaut? Oder euer Vater? Auch schon? Also ich habe schon überlegt, dass sehr viele Kinder nicht mehr so richtig klettert werden oder es gar nicht dürfen. Aber deswegen ist es dann auch die Möglichkeit, dahinten auf Blättergewürztes mal auszuprobieren. Also hier die Schildigkeit und die Füße Handwerklichkeit vor allem mal zu probieren.